Habe ich gerade gesehen, die erste Schicht fährt jetzt gerade nach Hause, ne? Also die arbeitet Tag und Nacht hier, oder was? Wir arbeiten in der Regel drei Schichten. Also die Aufstagslage ist gut und Wahnsinn. Ich dachte immer nur, die Bäcker arbeiten so früh, Samstags, Morgens. Nein, auch die Drucker. Und wir sind jetzt hier an einer Produktionsstraße, oder ist das? Das ist eine Heidelberger Druckmaschine, eine Achtfarben. Das heißt, die Maschine kann beide Seiten vom Papier in einem Durchgang bedrucken. Ich habe sowas noch nie im Leben gesehen. Und ich glaube, hier die Zuschauer auch nicht. Gucken Sie mal, es gucken schon 130, 145 Leute zu. Samstags morgens um Viertel vor sieben. Und wie geht es? Wir greifen uns gerade nach hinten. Also ich begrüße euch alle. Ich hätte ja gesagt, um sieben Uhr gehe ich live, aber wir sind schon früher hier. Und deshalb bin ich jetzt schon live, weil ich hier nichts verpassen möchte. Und der Grund, weshalb ich hier bin, können schon einige erahnen, glaube ich. Hier zum Beispiel steht das Papier für Ihren Auftrag. Acht Paletten. Eine Palette ist in der Druckmaschine. Das heißt, ich kriege das in Buchform dann wieder in acht Paletten? Ne, noch mehr, ne? Da ist ja noch die Pop da drin. Ja, da wird eher was weniger, weil da wird ja mal abgeschnitten. Ah, okay. Gott sei Dank. Ich weiß nicht, wie ich das Auto kriegen soll sonst. Das wird das Auto ein bisschen füllen. Und ihr stellt jetzt hier eine ganze Palette rein? Ja, wie gesagt, wir haben jetzt hier einen Auftrag gerüstet. Ihre Druckplatten sind eingestellt worden. Die alten Druckplatten von dem vorherigen Auftrag sind raus. Die werden gleich rausgenommen. Und dann können wir gleich starten. Wie gesagt, hier kommt das unbedruckte Papier rein. und wird dann hier mit den ersten vier Farben bedruckt. Also jede Farbe wird hier einzeln aufgetragen, sozusagen? Ja, wir sehen es gleich an den Druckplatten. Es ist Schwarz, Blau, Heißgau und Cyan, Rot, Heißgau und Magenta und Gelb. Ja, wie gesagt, diese vier Farben ergeben ihre farbigen Bilder, wie Sie gleich sehen. Das heißt, hier unten ist die Straße, das Papier geht dann hoch, in den Drucker rein, wieder runter und geht weiter? Nein, unten sind das so Zylinder, wo das unten herläuft. Also unten wird gedruckt? Ja, im unteren Bereich. Hier unten läuft das Papier her. Dann hier in einem großen Zwischenstück, da wird das Papier gewendet. Ah, okay, und dann geht es hier weiter auf die andere Seite. Und dann wird die andere Seite gedruckt. Wie krass ist das denn? Also hier sind dann wieder die gleichen Farben natürlich, ne? Die andere Seite, ja. Ja, und dann wird es getrocknet, oder? Nein, da ist nur eine Auffahrt, da müssen wir hier wieder was höher kommen. Da hat man einen großen Stapel fahren können. Aber wie schnell ist denn die Farbe trocken? Für jetzt zum Drucken ist sie ziemlich schnell getroffen, aber richtig durchgetrocknet ist sie erst ca. nach 24 Stunden. Und wie viel Blatt schafft ihr denn hier pro Sekunde zu drucken? Wir können 18.000 Bogen in der Stunde drucken. 18.000 Blätter? Bogen. Also eigentlich heißt das Bogen. Bogen, sorry. Ja, wie gesagt, dann kommt das gedruckte Papier hier raus. Dieser Drucker, wie gesagt, kontrolliert und steuert dann alles, dass es richtig auf dem Papier ist. Also ich darf filmen, ich hatte vorher gefragt, ne? Also hat er hier seinen Leitstand mit zigtausend Möglichkeiten, um irgendwas einzustellen. Was ist denn das Wichtigste, was hier eingestellt werden muss? Ich nehme erst mal die Farbe, weil es schön aussieht, oder? Also das heißt, ihr macht jetzt erstmal einen Probedruck oder was und guckt, ob alles in Ordnung ist. Und ihr nehmt das dann sozusagen ab, nicht der Kunde, sondern ihr sagt, so ist es jetzt super. Letztendlich entscheidet der Drucker, wann es gut bohren sind. Dann kommt hier ein Zettel rein. Was da drunter ist, ist Makulatur, heißt das. Und wenn wir drüber sind, hat die Gurtbogen, die dann auch ständig während des Forkbuchs kontrolliert und begutachtet werden und notfalls eingegriffen wird. Sei es mit Passerstellen oder Farbestellen. Aber ansonsten in der Regel macht die Maschine das alles ziemlich selber. Krass. Was wir jetzt da zum Beispiel sehen, das ist die Farbregelung. Wie gesagt, wir haben jetzt hier gleich so einen Farbmessstreifen. Da wird die Farbe während des Druckens ständig abgelesen und mit hinterlegten Sollwerten verglichen. Die Sollwerte werden angesteuert. Dann kommt halt dieses Bild, was Sie gleich sehen, zustande. Also Soll- und Istwert sozusagen. Und dann werden Sie gleich sehen, am Anfang ist das noch ein bisschen weit weg. Also die jeweiligen Linien sind die Nulllinien. Am Anfang ist das noch ein bisschen weit weg. Und dann, wir haben das Laufen während des Regelns, versucht die Maschine ständig gegen die Nulllinie zu regeln. Das heißt, ich habe da so eine Amplitude und die geht dann an den Strich dran sozusagen. Dass wir dann genau den brauchen. Können wir starten, oder? Ja. Hier haben wir gerade mal einen Anleger, da sehen Sie mal, wie das Papier reinfällt. Ja, herr wahrlich. Wir müssen eigentlich nochmal den Zusammenhang erklären, weil jetzt sind wir in Meckenheim. Und deine Druckerei ist ja eigentlich in der Kraftschaffung. Ja, in der Kraftschaffung, in den Arbeitergassungen. Die werden ja einzeln getrennt, die laufen dann in der Schuppe hier runter. Darf ich dann näher dran? Oh ja. Da ist natürlich nachher und je nach Papier, muss man da ein bisschen einstellen, damit es läuft. Dann wird nach Papier hier vorne ausgerichtet und dann wieder vereinzelt. Und so läuft es einzeln, dann jetzt durch die Maschine. Was ist das denn? Da haben wir zum Beispiel eine Stimmigkeit von 30.000, 30.500. Und wie viele Mechaniker sind jetzt hier? Das ist doch was, was das hört, wenn die Störungsweite oder was. Wie viele Mechaniker sind? Mit zweit seid ihr dann hier, oder was? Ich glaube, wenn das ganz hoch ist, was ich nicht verkönne, dann kann man das natürlich nicht erstatten, was von Mecke der Druckmaschine. Also, hey, keine Ausgaben machen wir selber. Unfassbar, ich habe sowas noch nie gesehen. Also, man fragt ja immer, wie schaffen wir es, die Tageszeitungen so schnell zu drucken. Aber jetzt wissen wir, warum das so geht. Also, man flitzt hier hin und her. Und hier kommt schon was an, oder? Ah, und da sehen wir jetzt zum Beispiel, wie die Farbe steht. Und nach unten aus, da gibt es noch zu wenig Farbe. Wo es drüber ist, ist noch zu viel Farbe drauf. Oh, das ist der Anfang. Das ist der Anfang bis Seite 1. Also, jetzt ist der Drucker hat vorgewogen, um zu kontrollieren. Der Drucker hat vorgewogen, genau zu beobachten. Und, was sagt der Experte? Das ist noch ein bisschen besser, um es den Stand schöner Biederdruck noch ein bisschen nachstellen. Aber das ist noch ein bisschen läufig. Das sieht man gerade hier so ganz schön. Dass es eigentlich glatter sein soll. Super, habe ich schon in der Handpapier. Aha, also das ist wohl... Kannst du überhaupt eine normale Zeitung lesen, oder bist du nur immer am gucken, wie es gedruckt ist? Ey, das klingt das so witzig. Man guckt dann schon irgendwie. Wenn Fehler auftauchen, sieht man die sehr, sehr schnell. Vor allen Dingen gerade Passau. Das ist sehr schnell. Also, hier gucken gerade fast 400 Leute zu. Total krass. Morgens um 10 vor 7. Ja. Oder möchte ein bisschen mehr Gelbstich drin haben? Dann kann er die Amplitude nach oben legen, oder so? Türkis wäre nicht super. Türkis? Ja. Thorsten, mach mal Türkis. Wir machen fast alles, aber nur fast. Aber hier ist ganz schön warm. Also, kurze Hose ist hier auch im Winter normal, oder? Ja, ist allein dadurch, dass die Maschine so... Also, die strahlt schon gut Hitze ab. Das ist durch die Wärme, durch die Geschwindigkeit, die ganzen Kompressoren, die drin sind. Es ist schon gut Wärme hier. Also, die gibt sehr, sehr viel Wärme. Erzeugen die selber Wärme, oder habt ihr auch irgendwie ein Energieproblem jetzt gerade im Moment? Ja, die Maschine erzeugt die Wärme eigentlich selber. Auch durch die ganzen Kompressoren, weil es wird dann in der Wende, um die Kompressoren drin, und den Bogen wieder halten, damit der gewendet werden kann. Am Anleger sind Kompressoren. Hier an der Seite sind Kompressoren. Die Maschiert dreht sich durch die ganze Reibung jetzt. Das steht überall. Also, die ist schon sehr, sehr, sehr kuschelnd. Also, sehr beeindruckend. Und das ist jetzt noch nicht das Originalpapier, ne? Genau, das ist das Vorlaufpapier. Also, ich habe jetzt erstmal nur gestoppt, weil ich noch ein bisschen mehr Klassung brauche. Sehr wolkig. Ja, ja. Ja, ja, also man sieht das hier. Hier ist sehr wolkig, da auch. Auch, alles wolkig. Ne, also so wollen wir es nicht haben, ne? Ja, ja. 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 Hier ist eine ganz wichtige Frage. Kannst du auch Geld drucken? Können schon, dürfen nein. Aber dafür bräuchte ich jetzt noch Toppier. Da fängt schon an, also die Möglichkeiten besteht gar nicht. Während das Thema meiner Ausbildung, dann meinte unser Dozent, ja, es wäre möglich. Aber wir werden so viele Leute, irgendwer wird sich verquatschen oder wir sauber. Wir sagen nichts. Ah, da geht es schon wieder los. Das heißt, hier wird mehr gepresst, also müsste es glatter werden. Kann aber auch mit an dem Papier liegen, dass wir noch ein anderes Papier machen. Also hier, das ist ein Probedruck. Der Experte sagt, das ist zu wolkig. Und dementsprechend hat er die Farben nochmal angepasst. Und dann kommt der nächste Probedruck. Ja, ich bin für einen direkten Vergleich. Ja, weniger wolkig. Ja, ja, jetzt sieht man es deutlich hier. Aber ich meine, es wäre immer noch ein bisschen wolkig, oder? Das liegt aber auch mit einem Offset-Papier. Das ist das Problem. Und Offset hat da nicht die komplett glatte Oberfläche. Ja. Und Mackesprichen oder sowas hat auf jeden Fall eine glattere Oberfläche. Das ist jetzt auch noch das Probe-Papier, oder? Das ist jetzt das Original-Papier. Das ist das, was man hier an den Händen hatte. Bitte? Das, was ihr am Anfang an den Händen hatte. Ja, zufrieden. Ich hoffe, ich schon. Ja, zufrieden. Das ist echt ein besonderer Moment, oder? Auf jeden Fall. Also, wenn man das dann mal sieht, wie das zum Leben kommt auf einmal, ne? Habt ihr immer Publikum gesagt, ist das normal, dass jemand hier hinkommt, wenn das Buch bedruckt wird, oder so? Oder ist das jetzt Ausnahme? Mittlerweile wäre es ja nicht, habe ich so das Gefühl. Aber grundlegend ist das schon öfters so. Weil die Kunden schon sehen wollen, passt das vom Bild her so, sieht so aus, wie sie es so vorgestellt haben. Das gibt es anders. Besonders bei Künstlern, musst die gerade so irgendwie Bilder nachdrucken, die sie quasi an der Wand hängen haben, oder so. Entsprechende Bücher machen. Die kommen dann öfters mal, um auch wirklich zu gucken. Ist es auf dem Papier auch so, wie sie sich das vorstellen? Weil sonst ist es viel Geld, was man dann für ein Produkt rausgibt, wo man nachher nicht ganz zufrieden ist. Das wäre ein Ärger. Also, für dich ist das ja jetzt nur ein Produkt sozusagen? Du weißt gar nicht, worum es da geht bei der ganzen Sache. Oder weißt du das jetzt schon? Grundlegend weiß ich es ja. Weil erstens steht es auf meiner Auftragstasche drauf. Zweitens sehe ich ja, was ich habe. Aber bei vielen Dingen ist es in erster Linie erstmal ein Produkt. Ich versuche erstmal das Produkt natürlich so schön wie möglich zu drucken. Und dann ist es mir egal, ob das zeigt, was ein Thema ist, was mich interessiert oder was mich weniger interessiert. Grundlegend geht es darum, dass es ein gutes, schönes Endprodukt ist. Ist dir denn schon mal passiert, dass du dir so einen Probedruck mit nach Hause genommen hast und gelesen hast? Gelesen habe ich auch, jetzt seit der Punkt. Ja. Bist du schon durch? Nein, lesen nicht, aber du guckst halt ja hier schon. Bist du schon durch? Na klar, das ganze Buch habe ich eigentlich schon durch. Ja, fantastisch. Und was heißt das? Ja, schlimme Sache. Eine Rezension von dir? Ja. Soll ich jetzt sagen, dass ich noch Fehler gefunden habe? Oh, böses Thema. Ich habe so Angst, dass ich noch Fehler finde. Wahnsinn. Da muss man ja immer aufpassen, dass nichts draufsteht, was man nicht filmen darf. Seine Kontonummer? Die ist egal, die steht auf dem Geschäftsbogen. Der wird ja jetzt hier auch gebucht, damit das in der Nachkalkulationszeit erfassen, Arbeitszeiterfassung, das sollte jetzt alles unter dieser einen Aufwachsen machen. Also es ist immer alles nachvollziehbar, wer, was, wann, wieso, weshalb, warum gemacht. Das ist ja echt der Helle-Vase. Das ist bei uns im Gelstorf im Kleinen, aber genau das Gleiche. Also wir handhaben das genauso mit den Auftragsnummern, damit halt immer alles nachvollziehbar ist. Du hast die Maschine im Gelstorf gesehen, prinzipiell das Gleiche, nur Kleine. Ja. Das heißt, theoretisch hättest du es auch im Gelstorf drucken können, dann wäre es aber, wann rausgekommen? Nächstes Jahr. Und das hier heißt ja Mediengruppe Wahlig jetzt, das Gebäude. Was sagt das genau aus? Das sagt aus, dass wir unter diesen drei Standorten, die es früher mal war, unter den drei Brüdern zusammengearbeitet wurden. Das war ganz ursprünglich getrennt in Knafik und Digitalgruppen. Vor 20 Jahren war Digitalgruppen noch was ganz Besonderes. Das ist unter Martin Wahlig gelaufen. Georg Wahlig war der Kleinformatiker Offset-Druck. Das ist ganz toll geprüft hier. Und hier am Standort Meckenheim der Stefan Wahlig ist dann der Großformatiker Offset. Was machst du jetzt da? Du bist aber sehr penibel, oder? Mach das noch mal, das ist viel. Ich kontrolliere den Stand, das heißt, dass die verschiedenen Farben den gleichen Stand zueinander haben. Das heißt, wenn ich jetzt sonst zum Beispiel das Zyran würde hier nicht stehen, dann könnte man hier an der Schrift, in der Negativschrift, die leichte Kante sehen, dass da Zyran rutscht wird in den weißen. Das ist nicht hingeworben. Ja, ich würde meine Rot-Grün-Schwäche prädestiniert für den Job, oder? Ja, wunderbar. Das ist die perfekte Voraussetzung für den Offset-Drucker. Ja, ja, genau. Magst du meinen roten Pulli? Bitte? Magst du meinen roten Pulli? Ja, ist mir eben schon aufgefallen direkt, als du ausgestiegen bist. Aber es wird halt immer da, das dort produziert, wo es am sinnvollsten ist. Also wir würden jetzt kein Boot in der Auflage, in der Seitenzahl drucken, und hier würde keine, naja, 200 Visitenkarten für Maler, Weiß, der Müller nicht drucken. Aber trotzdem läuft alles über dich, ne? Also wer jetzt hier irgendwas gedruckt haben möchte, ich habe auch gesehen, ein Händler, mit dem ich viel zu tun habe, der hatte bei dir eine Karte stehen, die ist jetzt gedruckt worden, für ein Produkt, was mich sehr interessiert. Mehr sage ich jetzt nicht. Aber man meldet sich bei Druckerei Barich in der Grafshaft, und ihr macht Visitenkarten, wo, egal was. Genau. Platzen, Grafse, die veredelsten Sachen in erster Linie, mit Heißschulie, schönen Verlierenflagten. Oh, 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 oh. Hier ist gerade, ähm, Opa, 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 Opa. Und da heißt es nochmal, Folterarm ist hier gerade. Papierstaubing. Na ja, das ist immer noch ein Handwerk. Wie zu guten Werks Zeiten, schneller, präziser, gar keine Frage, aber prinzipiell funktioniert es noch genauso. Das ist wie der Automotor an Auto. Jetzt war ja vom heimischen Drucker, ne? Papierstaubing. Das ging vom McDonalds. Jetzt ist irgendwas fertig. Fritten oder? Ach, Achtung, Finger aus, die Maschine läuft. Also, mega interessant für mich. Komplettes Neuland hier. Die Maschine läuft unter Vollgas mit 18.000 Bogen in der Schuhe. Das ist, also technisch, das ist wahnsinnig, der Bogen muss ja hier auch gebremst werden wieder. Das ist für mich immer, immer wieder unbegreiflich, wie das funktioniert. Und du hast gesagt, Montag ist das Buch gedruckt, so zu sagen. Die Bogen sind dann gedruckt und gehen dann zum Buchbilder. Und wo ist der Buchbilder? Wir sind sehr zufrieden. Und sehr beeindruckt, muss ich sagen. Wirklich. Ja, das sind zum Beispiel aus dem Rohrn, gibt es nachher in diesem Salzbohrn, damit hier diese Reihenfolge entsteht. Und das macht ihr hier auch? Dann gleich zurecht schreibt? Nein, das macht der Buchbilder. Ich weiß gar nicht, wo ich hier überall filmen soll. Negativschrift sieht man die schwarze Kante. Das ist ein weiches, schwarzes Spaßball drin. Das ist jetzt besser. Was meinst du? Das gleiche ich mir echt nicht verstehe. Ich sehe da eh nichts. Was meinst du mit Negativschrift? Negativschrift ist quasi diese weiße Schrift, die sich halt hier rausstellt. Das ist für mich das Negativschrift. Und in der Negativschrift kann ich jetzt hier so eine leiche, schwarze Kante sehen. Das heißt für mich, dass das schwarze Ticken zur Hochstand. Das habe ich jetzt runtergestellt. Allein dadurch verändert sich zumindest auch schon die Farbe. Weil wenn man hier genau hinten schaut, sieht man hier einen kleinen, paar unterschiedliche Weidenfarben. Das ist nur, weil die Rasterpunkte in einem anderen Winkel zueinander stellen können. Das ist die gleiche Farbe. Das ist wirklich die gleiche Farbe, wo man sich passen ein bisschen nachgeschaut hat. Da verändert sich das so ein bisschen auf dich. Da kannst du doch Stundenkampf einstellen und gucken, wie die beste Farbe ist, oder? Ja. Ich bin aber irgendwann getrunken an der Negativschrift. Das muss passen. Ja, ja. Warum bin ich bei der Farbe, bin ich dann raus? Das ist erstmal Standardwert, den wir anfangen, den ich jetzt auch habe. Der Rest ist dann nur noch mehr oder weniger Farbe. Das nicht mehr mit Passagstellen, sondern... Ich muss gleich mal reinfälschen, weil wenn ihr das Buch irgendwann haben wollt, dann müssen wir jetzt wirklich mal anfangen. Okay. Wir lassen dich jetzt mal in Ruhe. So würde ich die Farbe nehmen, ja. Wunderbar. Passen ist, warf ist, wenn ihr auch Glück ist, dann ist er auch auf den Kloch. Soll ich auf den Kloch drücken? Auf den Kloch? Nein, nein. Ich bin zufrieden, Misspassag. Du bist der Kaffee, ne? Ich bin zufrieden. Und wäre das auch schön während des Zornhauts und weiterhin? Nicht wegschmeißen. Ich habe keinen Kloch eingefuckt. Gefalt, hallo. Das ist der gleiche Bogen. Das ist das, was der... Wir springen gleich schnell. ...der Thomas eben sagte, die werden nicht geschnitten, wie du eben sagst, es werden die auch nicht geschnitten, sondern gefalzt. Und dann liegen die schon oben für oben in der richtigen Reihenfolge. Ah, okay. Und das sind dann, wo wir beim Buchbüller weiter übereinander gelegt werden und dann tatsächlich vernäht werden. Damit das gut eine lange Haltbarkeit hat. Ah, da sind wir wieder. Ja, tut mir leid. Ich weiß nicht, warum der Empfang abgebrochen ist. Also ich gehe davon aus, dass es jetzt die fertige Version hier, ne? Absolut. Also, da ist euer Buch. Und es ist der Wahnsinn, wie das hier läuft. Hast du eigentlich die Rezension schon gelesen in der Rhein-Zeitung oder hast du nur noch... Tatsächlich noch nicht. Ich bin noch nicht dazu gekommen. Ich habe mich so gefreut, dass es jetzt final fertig ist. Ich habe alles dafür getan, dass es da jetzt auch sicher als möglich in Druck geht. Ja. Ja. Jetzt muss ich jetzt runter, ja? Jetzt muss ich jetzt runter, ja? Jetzt muss ich jetzt runter, ja? Ja, aber es ist nur der Anfang. Jetzt wird dann nochmal erstmal ein Kabel kommen, soll ein Kabel sein. Es darf jetzt einfach zu spielen haben, es darf irgendwo noch was versehen sein oder so was. Die Maschine muss raus, gerade die erste Bogen, ansonsten ist es wirklich genau das. Bogenverlust, Bogenlaufkontrolle, Überschießbogen nicht fitiert, Überschießbogen am Anleger nicht fitiert. Da ist die Fehleranzeige anscheinend und direkt die Lösung, denke ich. Also es ist für mich schwer beeindruckend. Hier ist tatsächlich ein Empfangsproblem. Ich hoffe, ihr könnt noch mitschauen, vielleicht kann mal einer einen Daumen hoch machen oder so. Ah, ihr seid dabei wieder. Also hier ist jetzt ein Problem. Hier wird die Maschine aufgemacht. Also ich bin schwer beeindruckt. Ich kenne das nicht. Ich habe es noch nie gesehen und mega interessant. Hier werden die einzelnen Farben gedruckt. Einmal auf der einen Seite, dann wird der Bogen rumgedreht. Das passiert hier in dem Zwischending. Diese Seite gedruckt, auch wieder mit den Farben. Und ich habe die Zahl schon wieder vergessen. Ich glaube, 18.000 pro Stunde. 18.000 Bögen. Also hier scheint jetzt ein Bogen sich verklemmt zu haben. Ihr kennt das vom Drucker zu Hause. Das ist immer die schönste Arbeit, Papierchen rauszupopeln. Und ich glaube, hier ist es noch krasser. Aber wenn man überlegt, wie viel hier schon rausgeschossen wurde, gerade an Bögen. Unglaublich. Da ist ein Muster. Ja. Möchtest du mal ein bisschen Werbung für deinen Berufsstand machen oder habt ihr kein Nachwuchsproblem? Ja. Wir suchen natürlich immer Auszubildende im Bereich Offset-Programm, die im Buchbinder sind rar gesetzt. Da gibt es tatsächlich ein Nachwuchsproblem. Buchbinder heißt jetzt Papierschneiden, Falzen. Ja, das ist es. Man pro Heften. Da gibt es tatsächlich ein Nachwuchsproblem. Ausbildungsmäßig sind wir eigentlich, denke ich, ganz gut aufgestellt. Aber dadurch, dass die Betriebe immer größer werden, werden die einzelnen Betriebe immer weniger. Also es gibt die Handwerksbetriebe, die kleinen Druckereien, die ein-, zwei-Mann-Betriebe, die den Großteil der Ausbildung gestemmt haben, die sterben weg. Dadurch existiert der Bauernachwuchsproblem. Also ist eher ein Problem, zu wenig Ausbildungsbetriebe für die Ausgebildende. Ganz genau. Also du hast genug Ausgebildende, oder was? Ja. Also keine Werbung sozusagen. Naja, will ich so nicht sagen. Wir hätten jetzt in Gelsdorf leider jetzt überhaupt kein Platz mehr. Dadurch, dass der Grafikbetrieb in Ahrweiler ja in Hochwasser einmal durchgeputzt wurde. Fehrenhalten bei Schreibtisch. Wir können im Moment aus Platzgründen gar keinen auslösen. Ja. Aber wir haben uns ja extra euch ausgesucht, als auch Greiber, ihr betroffen seid, oder wart, oder immer noch seid. Wann seid ihr denn wieder so weit in Ahrweiler, was da steht immer noch an den Sternen, ob wir es überhaupt wieder machen. Ich würde nicht sagen, die Stadt stirbt auch. Aber die ganze Kundschaft, die dort auch reingekommen ist, war ja selber betroffen. Wer ist immer noch selber betroffen? Und dadurch hatten die zwar nie eine Frage, die sind nach Gelsdorf gekommen, zwar nie eine Frage, ob sie das woanders hingehen, die gibt es nicht. Und die sind jetzt auf großer Teil mit ihrem Betrieb auf die Dachschaft gezogen. Natürlich aus der Not geboren, aber mittlerweile sagen viele, wie siehst du die Gesamtsituation jetzt für Gewerbetreibende im Ahrtal? Sehr, sehr schwierig. Gerade dadurch, dass es von Gastronomie geprägt ist. Ich kenne die Zahlen natürlich nicht. Ich bin Booker, kein Hotelbetreiber, aber ich stelle es mir sehr, sehr schwer vor. Nachvollziehbar, dass es ja jetzt nicht gibt, die Risten massiv kommt wie vorher. Und so, wo Locken arbeiten, möchtest du gerade auch nicht machen. Auch wenn es schon relativ gut aussehen, im Fernsehen zu werden. Ja, es tut sich was. Immer mehr Geschäfte machen wieder auf. Es tut sich was. Und gerade Arbeiter, finde ich, kann sich schon wieder sehen lassen. Kommt. Kommt. Genau. Jetzt, dass wir Bad Bann dann für den Wiederaufbau und man sieht es jetzt am Wochenende ist es wieder. Das sind Massen. Gott sei Dank. Was ist da genau? Weil hier sind ja viele, die wissen nicht, was am Wochenende machen sollen. Ich sage so, ab der Amau, die beiden Winzerbetriebe in Arter, die unten nichts mehr verkaufen können, sind den ganzen Oktober oben in den Weinbergens am Roteinwanderweg und verkaufen da ihre Sachen. Würten mit Wein, kleinen Speisen. Da kann man quasi von Stand zu Stand wandern. Das ist eine tolle Sache. Wir haben jetzt hier die türkise Version. Ah, das ist doch bunt, oder nicht? Das ist zu käschen. Das fehlt für Farbe. Und deshalb, guck mal, sieht das jetzt so aus. Okay. Also, da wird es natürlich nicht gedruckt. Das ist aber das weggeschmissen. Aber wenn eine Farbe fehlt. Weil jetzt schon obendran. Das erinnert mich so ein bisschen an meine Quaderpresse. Da muss ich auch immer oben hoch, Kläppchen auf. Das ist ein guter Vergleich, ja. Auch eine Presse. Also hier wird gerade, ja. Ich sage das ähnlich zu der Sandra schon. Das ist, ja, ich will nicht sagen normal, aber es kann vorkommen, weil auf der Maschine werden ganz kleine 40 Gramm Papiere gedruckt. Aber auch in 400 Gramm Tarton. Also die Spanne von dem Papierdicken ist unglaublich. Das muss halt am Anfang alles penibelst genau eingestellt werden, bis das 100 Prozent läuft. Dann läuft das noch. Ja. Das ist nach Tage durch. Das sieht auch gut aus. Ja. Also Montag ist das hier fertig, dann geht es in die Buchbinderei, heißt das, ne? Ja. Wo ist die dann ansässig? Ich weiß gar nicht, wer das jetzt macht. Aber auch hier irgendwo regional, beziehungsweise? Leider nicht direkt regional. Hinter Bonn auf jeden Fall noch. Ja, wo ist das? Ja, wenn man den Kurs von Köln regional sieht, dann wird es natürlich regional gemacht. Diese größten Autos können nicht mehr viele mit dem Buchbinderei. Das ist dann das Nächste. Das macht bei den kleinen Buchbindern keinen Sinn. Wenn ich die das bei uns Sinn machen will, das zu drucken, der Graschacht. Das geht dann weg. Ich habe ja gesagt, zwei bis drei Wochen brauchen wir ein Buchbindern dafür, um das Produkt komplett fertig zu bekommen. Das heißt, wir können sozusagen frühestens in zwei Wochen mit dem Buch dann rechnen. Also ich hätte ja gesagt, Mitte bis Ende Oktober. Also wird es eher Richtung Ende Oktober werden. Ja, absolut. Ich habe ja eine Woche für den Druck gerechnet. Das ist ja auch Druck, heißt für mich, die Daten werden vorher geprüft in der Druckvorschung. Das werden ja auch Druckplatten erstellt. Hast du die gesehen? Ne, die habe ich nicht gesehen. Passiert auch nicht an. Das sind die Druckplatten für den ersten Step des Jobs. Die werden dort reingestellt, eingespannt. Das erklärt eher besser als Offset-Drucker. Ich bin Schriftsetzer. Das heißt, danach orientiert sich die Maschine oder was? Genau. Alles, was du auf dem Papier siehst, sind acht Druckplatten drin. Syren, Magenta, Gelb und Schwarz. Einmal für die Vorderseite des Bogens und einmal für die Rückseite des Bogens. Der Bogen wird in der Maschine gedreht und Vorder- und Rückseite wird gleichzeitig gedruckt. Also hier ist doch direkt schon die Rückseite des Papiers gedruckt. So, da braucht man für jede Farbe eine Druckplatte. Als wir ein Bogen einbogen, acht Druckplatten. Und das ist natürlich auch ein Zeitaufwand und im Vorfeld müssen die erstellt werden. Die werden hier erstellt, oder was? Sieht man jetzt gerade, wo man immer schaut, wie ist jetzt dunkel? Die Druckplatten laufen auch im Dunkeln. Das ist die Plattenkopie, nennt sich das. Aha. Aber wofür brauche ich genau eine Druckplatte? Also, die Platte brauchst du um die im Vorfeld im Rift getrennten Farben. Das, was du aus dem Foto siehst, wird ja in vier Farben aufgeteilt. In die Maschine zu kriegen. Dort wird das, ja, Farbwasserbalance, das funktioniert mit Öl. Die Farbe wird auf die Druckplatte, von der Druckplatte auf das Gummituch. Und von dem Gummituch erst aufs Papier. Das ist das Prinzip von aufs Zentrum. Also jedes Papier ist durch die Druckplatte, also die Farbe kommt von der Druckplatte sozusagen. Ja. Warum geht das nicht direkt aufs Papier? Also ich stelle mir das zuvor. Das ist der Digitaldruck, den gibt es ja auch in den Copyshop. Du rutschst auf den Knopf und dann kommt fertig raus. Das ist einfach noch zu teuer. Okay. Also das wird sich wahrscheinlich, man profitifiziert in fünf bis zehn Jahren, wird so der Big Even kommen, dass man sagt, es gibt noch Technik, wo sind die Digitaldruck sind. Aber noch sind wir in dieser Größenordnung beim Aufsehen rum. Das ist doch noch einfach schneller. Kann ich hier irgendwo ein bisschen da in den Raum nochmal ein Video machen, wo ich nur erzähle, wenn es hier was ruhiger ist, ich weiß es ja nicht. Ah, hier ist was ruhiger. So, jetzt sind hier noch, das ist ja wahnsinn, wie viele Leute hier arbeiten und wir sind ja heute Samstag. Heute Samstag, ja. Also nicht nur Bäckereien, sondern auch Druckereien haben Hochkonjunktur. Und Nachtschicht, im Dreischichtbetrieb wird hier gearbeitet. Drei Schichten, rund um die Uhr, nicht an allen Maschinen, aber Maschinen müssen auch mal gewartet werden. Ja, das ist dann die Buchbinderei, wo das fertig wird, das Produkt beschnitten, sortiert, gepalzt, vielleicht noch zusammengestellt wird, um dann zum Buchbinder zu fahren, also dass die richtigen Bogen und die richtigen Reihenfolge auch beim Buchbinder ankommen. Das geschieht hier alles. Wahnsinn. Ich bin echt beeindruckt. Und hier ist noch eine Produktionsstraße. Das ist das Gleiche wieder wie hier nebenan, oder? Das ist eine 4-Farben mit einem Lackwerk. Dort die 8-Farben funktioniert ohne Lack, also deswegen relativ viel Puder. Das wird vorder- und rückseite gleichzeitig gedruckt. Und hier muss das Papier dann zweimal durch die Maschine. Okay. Und er ist die Vorderseite und wird es wieder rumgefahren und dann kommt die Rückseite. Deshalb sind hier auch, ich sag mal, in meinem Verständnis mehr als 4 Drucker, weil da noch der Lack draufkommt, oder was? Also ein Ding ist für den Lack. Ja, ganz genau. Krass. Ich muss mal auf mich schalten, ich muss das mal erklären, warum ich heute auch hier bin. Und ich wollte eigentlich um 7 Uhr ein Statement noch abgeben zur Rezension. So, nicht erschrecken, das bin ich. Ich habe ein bisschen Schlaf in den Augen. Also für mich ist das Buchprojekt tatsächlich wieder ein Riesenabenteuer, wo ich ja überhaupt gar keine Ahnung von habe. Um es mal auf den Punkt zu bringen, jetzt bin ich ja umgeben von Fachleuten. Einmal die Sandra Fischer, die ja freie Journalistin ist, die das Buch als Autorin geschrieben hat. Sandra Fischer schreibt und Markus Ripperfitt erzählt. Steht ja auch in dem Buch drin. Dann habe ich ja den Andreas Knieps kennengelernt von der Druckerei bei Walich in der Grafschaft. Auch ganz viel mitbekommen schon, wie das da läuft. Und jetzt sind wir ja hier in der Druckerei in Meckenheim. Das ist die Walich Mediengruppe. Und ich finde es einfach unfassbar, wie das läuft. Und ich bin total glücklich, dass ich dabei sein darf bei der ganzen Produktion des Buches. Also nicht nur bei dem, was drinsteht, sondern bei der eigentlichen Produktion. Und ich bin da dankbar für. Und ich finde es toll, dass man so das Handwerk jemandem zeigen kann und zeigen darf. Und ich wusste nicht, dass die Tag und Nacht arbeiten. Ich wusste nicht, dass es solche Straßen hier gibt, wo das gedruckt wird. Ich habe mich immer gefragt, wie wird eigentlich eine Zeitung gedruckt, wenn abends noch ein Fußballspiel ist. Und du kannst schon mitten in der Nacht die Zeitung kaufen, wo dann das Ergebnis drinsteht. Das ist für mich unfassbar. Ich denke, das sind auch ganz andere Druckanlagen wahrscheinlich. Aber für mich ergibt das so langsam ein Bild. Jetzt hatte ich ja angekündigt, für 7 Uhr würde ich mich mal zur Rezension äußern von der Rhein-Zeitung. Das würde ich jetzt mal kurz machen. Also ich finde die Rezension sehr gut. Man muss als... Oh nein, keinen Kaffee. Ich habe schon drei Tassen. Also hier wird mir gerade Kaffee angeboten. Man muss ja auch mal sehen, dass ich mit dem Herrn Hennemann einen ziemlichen Diskut hatte. Nachdem so ein komischer Artikel von T-Online übernommen wurde und rausgebracht wurde, obwohl ich eine Woche später mit dem Herrn Hennemann und Herrn Ebers einen Termin hatte. Und wo man exklusiv, das wurde vorher vereinbart, dass ich mich nicht vorher mit irgendjemand anders zusammensetze, weil da auch meine Zahlen auf den Tisch gekommen wären, exklusiv einen Termin hatte. Und dann bringt man eine Woche vorher, da waren wir gerade auf dem Weg in unseren Urlaub, fünf Tage mal Urlaub machen nach dem ganzen Stress. Kommt dann von der Rheinzeitung der Artikel raus. Dann habe ich mit dem Herrn Hennemann telefoniert. Es war glaube ich sogar ein Sonntag. Und es war ein sehr unfreundliches Telefonat von meiner Seite aus, das sei gesagt. Und natürlich hat Herr Hennemann reagiert. Dann haben wir uns glaube ich noch bei Facebook irgendwo mal gezofft. Das ist so der Werdegang. Und dann haben wir keinen Kontakt mehr gehabt. Jetzt sind wir wieder an dem Punkt, wo wir uns zusammengesetzt haben, wo ich auch meine Rechnungen dargelegt habe, um mal zu zeigen, wie wenig ich hier wirklich im Ahrtal verdient habe. Was ja bestätigt wurde von der Kreisverwaltung. Das ist ja in dem Artikel mit drin. Und den Artikel finde ich wirklich zu drei Viertel sehr gut. Es wird ja auch gesagt, es ist ein zeitgeschichtliches Dokument, was hier gerade gedruckt wird. Eine Begeisterung von den QR-Codes, von der Gefühlswaschmaschine auch, wo man reingezogen wird. Also das Buch wird sehr gut rezensiert. Das ist mein Empfinden, mein persönliches Empfinden. Und ein Viertel geht dann natürlich wieder so ein bisschen in die Richtung, dass der Herr Wippert ja auch dann sich zurückgenommen hat und dass er schlau genug dazu wäre und dass ich ja auch den Medien, den Printmedien die Arbeitslosigkeit gewünscht hätte. Also da kommen so ein paar kleine Seitenhiebe. Das ist völlig in Ordnung. Ansonsten würde man ja auch so ein bisschen sein Gesicht verlieren. Von daher finde ich das völlig in Ordnung geschrieben. Ich für mich sage aber, es ist eigentlich eher so ein Eingeständnis vom Herrn Hennemann, dass es vielleicht doch nicht so ganz wichtig war, was da für ein Artikel erschienen ist, der ja anscheinend ja auf irgendwas basiert, aber nicht auf dem, was die Wahrheit ist. Und deshalb sind ja auch die Zahlen da veröffentlicht worden bei der Rheinzeitung, wo sich jeder errechnen kann, dass der Wippert nicht eine Million abgezockt hat, auch nicht mehrere Millionen, was ja gerne gesagt wird, sondern es war eine totale Misswirtschaft aus betriebswirtschaftlicher Sicht, weil ich immer gesagt habe, wenn, rechne ich nur meine Kosten ab. Und die habe ich ja nur anteilmäßig abgerechnet. Das heißt, ich habe viel Geld im Ahrtal gelassen. Das steht auch im Buch, ist aufgeschlüsselt. Und ich habe sogar mit meinem Lohnbetrieb in der Zeit Minus gemacht. Also ich finde den Rheinzeitungsartikel sehr gut. Er klärt auf. Er zeigt, dass der Herr Wippert auch dann ein bisschen kritisch gesehen wird. Zeigt aber auch, dass die Rheinzeitung oder der Herr Hennemann so ein bisschen das revidiert, was über mich geschrieben wurde in einem Schnellschussverfahren. Mich hat das damals richtig geärgert. Das war, glaube ich, im Januar oder so, weil wir definitiv einen Termin hatten. Der wäre sieben Tage danach gewesen. Ich wäre aus dem Urlaub zurückgekommen und ich glaube, an dem Dienstag hätten wir uns dann zusammengesetzt, der Herr Hennemann und der Herr Eberts und ich. Die Zahlen wären auf den Tisch gekommen. Und was macht man? Man bringt so einen Artikel raus, der gespickt ist mit Unwahrheiten. Ja, mit Unwahrheiten. Und warum man das gemacht hat, das weiß ich. Das passt auch im Moment absolut zu dem Thema. Verschleierungen, nicht die Wahrheit sagen, hinterm Berg halten und am Sessel kleben. Das passt ganz genau da rein. Deshalb ist das Buch, was jetzt hier rauskommt, meiner Meinung nach auch zufälligerweise genau zum richtigen Zeitpunkt. Und das weiß in die gleiche Kerbe schlägt. Wir haben ja den Bereich vor der Katastrophe, während der Katastrophe, nach der Katastrophe. Mein Buch ist natürlich eher für den Bereich nach der Katastrophe. Wobei es auch das behandelt, was vor der Katastrophe war. Auch ein Christian Lohmeier kommt da zu Wort, der klipp und klar gesagt hat, am 11. räumt die Campingplätze. Also das ganze Versagen, was hier in der Katastrophenbewältigung passiert ist, wird bei mir auch in dem Buch natürlich aufgenommen. Und es ist nicht das letzte Buch, habe ich ja gesagt, weil diese ganzen Hintergrundsachen, die kommen dann in einem anderen Buch. Und ich habe auch gesagt, dazu laufen ja auch mehrere Verfahren. Nicht gegen mich. Ich habe nicht eine Anzeige bekommen, nicht eine Unterlassungsklage oder sonst was. Gar nichts. Nein, gegen andere. Und wenn das alles durch ist, dann kann erst das andere Buch kommen, weil dann wird genau erklärt, was im Ahrtal gelaufen ist, wieso es so im Ahrtal gelaufen ist, was man probiert hat mit diesen Diffamierungsversuchen und was da noch hinter steckt. Und es ist richtig übel, was dahinter steckt, kann ich euch jetzt schon sagen. Es ist ganz viel rausgekommen. Aber da werde ich mich im Detail nicht zu äußern. Erst in dem Buch werde ich mich dazu äußern. Das wäre jetzt der falsche Zeitpunkt. So, das ist mein Statement zu der Rezension. Und ich habe mit der Rheinzeitung nochmal zusammengesessen. Also so viel darf ich sagen. Über den Inhalt darf ich nichts sagen. Und es ist einiges klar geworden dadurch. Und da muss ich auch sagen, da gehört auch eine gewisse Größe zu, dass der Herr Hennemann sich mit mir zusammengesetzt hat. Und wir waren nicht allein, es waren noch mehrere dabei. Dazu gehört Größe. Vielen Dank, Herr Hennemann, dafür. Ja, ich habe ein bisschen auch gelernt aus der ganzen Geschichte, natürlich. Aber wenn man emotional ist, und da kommt auch nochmal was zu, das, was ich erlebt habe in der Zeit, und dann mit Unwahrheiten angegriffen werde, dann reagiert man vielleicht schon mal falsch. Passiert schon mal. Okay, in dem Sinne, macht's gut. Das war jetzt mein Statement dazu. Und vielleicht gehe ich gleich nochmal live. Hier gibt es nämlich, glaube ich, Probleme mit der Straße. Da ist schon wieder die Farbe, hoffentlich erkenne ich die richtig gelb, glaube ich, die Probleme bereitet. Und ja, vielleicht gehe ich nochmal live. Hier ist es tierisch heiß. Ich muss nur meine Jacke ausziehen. Und vielen Dank, dass ich hier sein darf. Und vielen Dank, dass ihr morgens um halb acht Uhr mal jetzt zuschaut. Und ja, Wahnsinn. Danke euch. Bis später. Macht's gut. Ciao.